Moin Moin! Willkommen zurück im nächsten Part von Super Smash Bros. Ball! Diesmal gehen wir auf die See! Was ist das? die reaktionszeit war ja richtig gut ein bisschen zu spät ja gut da ist der fox wir müssen jetzt gegen raquaza kämpfen aber ich sage euch schon vorher dreimal sterben ist drin das war sehr er weg zieht neutral war da muss man eine eisattacke das habe ich total vergessen ja war knapp war knapp war knapp ey what the hell ich habe raquaza besiegt ey bei leicht verlierst du ständig wieso auf einmal hier der arme aber das ist das ist eine richtig geile mucke ich glaube das war von domiko bin mir nicht sicher habe ich jetzt wirklich auch sehr heftig oder oder habe ich jetzt okay ich habe auch sehr sehr schwer nicht sehr heftig das wäre brutal wenn ich jetzt auch eigentlich hätte ich machen könnte es wäre ich geil ich habe noch nie auf heftig gemacht und ich bin sehr schwer tue ich auch nie machen das ist jetzt im ersten mal dass ich überhaupt sehr schwer macht das mal schon mal leicht normal und schwer aber nie sehr schwer weil ich immer denke hey anstrengend ist doch für nix so da habe ich die jetzt gehe ich weiter super jump jetzt muss man aufpassen aber verdammt verdammt hallo was mache ich denn hast du dich gerade angegriffen du boden ist da jemand noch kann ich ja wieder gehen dankeschön ach ja ich habe nicht vergessen aber ich dachte schon ich hätte jetzt die goldene kiste von ich bin zu vergessen ne maxi tomater ist jetzt auch gut jump 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 und wir gehen die leite hoch die bau mal jetzt nicht besiegen wo bist du denn kopf 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 danke weg mit dir ein cocktail das ist aber nett hey ich vergesse das immer der hat ja der ist so fett und riesig kumba kommt von mario das wisst ihr bestimmt ich sag es einfach mal weil sonst gibt es kein thema was ich hier beraten kann ich glaube mal meine themen die hey du fette hallo ich behindert hier du also ne so mit mir nicht ich glaube die sind wirklich akku also so wenn ich sagen wir das mal so wenn ich aufwache dann bin ich wirklich so morgens aber ich tue das unterdrücken damit niemand mitbekommt ich bin dann wirklich sowas von aggressiv jetzt knutschen die mich auch noch so wir gehen natürlich erst in die tür rein um nach oben zu kommen und danach gehen wir wieder zurück ja mach ich einfach so weil ich mache immer so ein weg guck mal jump und die bombe entwickelt ja ich habe die entwickelt zu einer mega bombe ja ja und danach der mega bombe kommt die atombombe und nach der atombombe die nukleärbombe so blöde sagen ober zum schießen cool ich brauche sehr viele stück aber ich benutze die ja sehr sehr oft das benutze ich aber nicht ich habe sie einfach so natürlich gehen wir doch hier rein und dann gehen wir nach oben und gehen dann durch die welt Jetzt stellt euch vor, jetzt kommen wir durch Vorher kommt oben so ein Feuer Dings, das hätte ich euch eigentlich zeigen können Aber Was bin ich? Also ein Pro-Gamer bin ich ja nicht, ist ja nur auf Stärschwert Das heißt ja nicht Pro-Gaming, auf heftiges Pro-Gaming Zwar tue ich mit Sonic auf 0% Gegen Tabu gewinnen, aber trotzdem Äh mit 0% Auf 0% Ja okay Ich bin mir ein bisschen so Geht doch weg Wir müssen hier rein Die Tür, durch die Welt Jetzt Oh, ich dachte ich hätte noch getroffen, das wäre cool gewesen Und da seht ihr Da ist der nächste Kerbe stinkt doch La 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 Aua Ich schieße einfach die Willis ab Denn ich bin So und jetzt Schaut euch an Ich mach nach oben Guck Wenn man schnell ist, dann schafft man das Weil es gibt ja Vielleicht gibt es Leute, die das nicht wissen Deswegen sage ich das einfach mal Ja so welche gibt es Am Anfang habe ich das nicht gewusst Erstmal fehlen Sekunden So und jetzt gehen wir hier rein Ja Und schatten wir alle vier Leben Weil es ist sehr schwer Ey wie ist das denn möglich Ich hätte ja auch gleich auf heftig spielen können Ja kann man nichts machen Guck mal Äh Oh Halt Der ist stark Alter Langsam nervt dieser Hoden Ey Warte mal Ich sag dir das Wenn ich gegen ihn Gewinne Was ich glaube nicht schaffe Dann kriege ich heute zwei Abus mehr Wenn ich die nicht bekomme Dann seid ihr alles So ich hab gewonnen Wo sind meine zwei Abus Ich seh keine Oh ihr Cheater Ja Da guckt ihr Oh ja Und Abenteuermodus kann man zu zweit spielen Stellt euch das vor Alter Oh das ist aber böse Und schon wieder wurde Diddy Kong gerettet What What Ich hab nicht alles gefunden Ich habe nicht alles gefunden Das kann nicht wahr sein Ich hab nicht alles gefunden Ja okay So sieht das aus Ich mach jetzt auch leicht Weil Ich will jetzt unbedingt wissen Wo das war Eigentlich finde ich immer alles sofort Wie so auf einmal Oh scheiße Okay Okay Da muss ich nochmal gucken Ich muss nochmal gucken Sorry Leute Irgendwie ist es Das kann doch nicht wahr sein Das war asozial Ich muss schnell nochmal gucken Hä Wo hab ich was vergessen Mir fällt nichts ein So Nachdenken 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 Gehören Ich tue einfach alle überspringen Damit es schnell geht Weil irgendwie Hä Ich musste alles gefunden haben Ich gehe doch immer diesen Weg Oder habe ich vergessen Was einzusammeln Ne Da hatte ich Komisch Da oben Habe ich auch Genommen Dieses Ding Ne Hier ist auch nichts Verdammt nochmal Natürlich ist das jetzt auch leicht Damit es schneller geht Da ist auch nichts Wo hab ich was vergessen Hier habe ich auch nichts vergessen Hä Hä Oder habe ich vergessen Was aufzusammeln Hier ist nichts Und da oben Kommen wir auch nicht rein Irgendwas stimmt Ey ich bin jetzt so was von sprachlos Dass ich was vergessen habe Ey das ist doch nicht möglich Ach Jetzt auf einmal Vorhin habt ihr ja gesehen Da habe ich was vollkommen anderes bekommen Vorhin bekam ich ja diese Sticker Ich glaube mal Jetzt haben wir alles Aber ich gehe sicher Halber nochmal durch Tatsächlich habe ich was vergessen Das ist so scheiße Ich glaube mal Das hat gefehlt Hier habe ich alles Oder habe ich vergessen Da oben was eigentlich Ne ich habe da alles Wieso Ach Vielleicht kriegt man die 100% Nur auf leicht Oder wie Oder wie ist das jetzt möglich Ich verstehe das nicht Ich bin jetzt überfragt Guck mal Schüttt Guck mal Tschüttt Tschüüüüüßt Tschüüüüßt Hier ist ne Bombe Da cool was ist da los wie ich so bekam jetzt wieder gibt es was nicht so jetzt gucken wir mal hier hier unten ist nix ja wagst du jetzt hier auf leicht zu verlieren wie kriegt man zweitens ja und jetzt kämpfe wieder gegen ich glaube mal das liegt daran dass wir diese gelben dinger brauchen diese gesichter die ihr gerade gesehen habt ich bin sowas von sprachlos schmeißt doch Leute schmeiß ich komm mal her guck mal doof halt so jetzt sehen wir gleich ob was ob das daran lag dass diese gelben dinger das sind oder ob es nicht daran lag ja bis lag an diesen gelben dinger okay dann weiß ich bitte bei dem dann wisst ihr ja beim nächsten mal bescheid ich hab mich so gefragt deswegen gewinne ich auf wegen wegen den zwei gelben dinger glaube ich mal lag das daran gut die und verlassen den verlassenen zu sehen wir im nächsten part danke fürs zuschauen liebe grüße euer pilo und wir sehen uns im nächsten part tschüss 哦